Hey und willkommen zu einem neuen Video mit dem lieben Raffi, dem lieben Pokémon Derive oder Moritz. Denn Radliss hat unseren komischen Ivan. Ja, Ivan, Graf, 1, 2, 3. Ja, ab mit dem Intro. Ja, okay, Moritz fand das erste. So, hallo, ich möchte jetzt auch einfach mal hallo sagen und mich mal kurz vorstellen. Ja, halt's, Maul. Also, übrigens, heute ist Facecam dabei. Nein, du. Arme Zuschauer, arme Zuschauer, arme Zuschauer, arme Zuschauer. Monsen, ich bin... Oh, das leckt. Ich hab Shader-Ange, das leckt nicht. Ne Möhre. Du hast ne Möhre? Als Computer. Rafi, 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 rafi. Oh, hallo. Hashtag die Schlechtverkehr. Alter, jetzt leidig, baue ich nicht hoch. Das ist asozial. Moritz, baue ich nicht mehr rum, du asoziales Kind. Das war mediz. Aber du benutzt das, also. Du asoziales Kind. Benützt. Du benutzt... Ich benutze alles, was hier mitkommt. Oh. Aber ich hab schon Gold. Ich bin voll der Oberbrow. Ich hab jetzt schon Gold, Junge. Nein. Moritz, mal. Ich hab gar nichts. Mein Gold. Ich kann auch hier sein. Mein Gold, mein Gold. Ich hab zwei, wie viel hast du? Ich hab vier. Äh, Alter, wir müssen nur gegen Team Blau. LoL, wir müssen nur gegen Team Blau. LoL, wir müssen nur gegen Team Blau. LoL, wir müssen nur Team Team Blau. Ich hab'n Bogen. Wir haben jetzt schon verloren, verloren mit Moritz. Ja, Moritz ist ja der Größte. Ja, wir müssen nur gegen Moritz oder was? Weil ich so geil bin. LoL, ich hab oben alles abgegeiert. Wehe, ihr holt die jetzt ohne mich, Mann. Nein, ich bin runtergefallen. Ja. Haha. Endlich. Das ist sogar gut für uns. Ich hab Hunger. Er hat's sogar irgendwie verdient. Ja, eigentlich. Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Das Bett ist da hinten in dem Turm, oben drinnen, glaube ich. Wieso verteidigen die sich nicht? LoL, hier ist ein Blauer bei uns. Hier ist ein Blauer bei uns nicht. Kapi, siehme. Hey, da ist so ein paar... Äh, ist das... Hey, LoL! Ich bin runtergebackt! Hä? LoL! Nein, der kam von hinten, er hat uns geschlagen. Ich bin in die Mitte gebackt. Okay. Ich hab das auf Rack. Ich bin einfach in die Mitte gebackt. Ich bin fresh. Ich bin fresh. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Kannst du mir kurz... Oh, Kacke, da kommst du gleich Mitte. Gleich Mitte. Ich brauche nur kurz Achtbrauch. Ich brauche die Chance für wenigstens für Knockback-Sick, dass ich abfacken kann. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier rüberkommen soll. Ja, Maxi, in dem du kacken gehst. Ja, ich brauche die Chance. One, two, three, four. Ah, leckst du so richtig. Ich verbaue alle meine Glück auf dem Weg und hab jetzt keiner mehr noch ein Schwert. Hä? 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 By the way, ich äh... Moment. Oh! By the way, ich äh... Ja, gut, ich wollte eigentlich sagen, dass ich die jetzt hole, aber das war ja dann doch nicht der Fall. Ach, wer ist blau? Ich habe noch ein kleines Thema anzusprechen, nämlich, weil keine Videos gekommen sind, ist so ein kleiner Grund. Und ich, Raffi und Moritz haben vielleicht ein bisschen zu viel gesuchtet. Nur so 24 Stunden. 7. Ähm... Ich habe das Projekt durchgezockt. Gezuchtet. Ja? Ja? Und deswegen habe ich gestern, es, heute war Schule. Und gestern bin ich einfach bis 24 Uhr aufgeblieben, nur um dieses fucking Video zu schneiden. Und heute in der Schule war ich richtig müde und wir haben fast den Martin geschlafen. Ja. An den Hartz-IV-Empfänger, der sich das einfach so das, äh, eine Gold aus der Kiste genommen hat. Dankeschön. 2. 2. Ah! Das ist so nass. Achso. Und das ist aber Lifetime Premium aufkommen. Achso. Ich will ja nicht angreiflich gegenüber Hartz-IV-Empfängern sein. Es tut mir leid. Ja, aber wahrscheinlich wann Hartz-IV-Empfänger dieses Video guckt. Weiß Bescheid, gell? Ähm, ja. Ach, okay. Ach, okay. Ich bin... 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 очки... Das ist halt so n' Harz-Fünfer. Heehh. universes ist das... Kann mir wer Essen mitbringen? Nö. Tasicht kung. Ich bin... 去 е méggars deploy. Ich bin... Your Hartz-Fünfer. Lol. Hier baut sich irgendwer unter der Mitte durch, glaube ich. Ja, des.. suicide. Alles. Boop, ne? Oh! Ich bin... Medicine. Lol. Danke selbst zufällig gleich nütze. Jaaaas! gönn in dir gönn 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 game wie kann ich gegen den verrecken komm leute wir spielen ja die gönn game gönn game gönn game gönn uns games gönn uns games ich bin erschrocken hey Ivan Kroft Michael Michael Moritz spielst du Pokémon GO hä der hackt alter oh schon fertig ja Leute das war's mit der Folge von mir und ja ich hoffe morgen kommt noch ein Video wenn ich schaffe und dann tschau hab ich schon mal gesagt wie die dümmsten hier sind auf der Erde ey 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 du meinst morgen zu essen wir die dümmsten wir sind die einzigen auch am tf zeig hier wir sind die dümmsten und die schlausten gleichzeitig ja ich bin genau da rum schlau ist das kann man das essen schlau ist das kann man das essen schlau ist das schlau ist das ja nein gibt's ohne aber dafür mit Fanta Fanta was ist das kann man das auch trinken ja ne das kann man essen mit Pommes und Ketchup was ist Pommes kann man das essen das sind Kartoffeln was sind Kartoffeln kann man das essen ähm das sind diese zwei Eier die an deinem Hoden klicken das ist nur Hoden kann man das essen ja das kann man essen das dürfen nur eigentlich nur Frauen essen also 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 magst du das gerade essen nein ich bin ein Mann ja noch kann man zwei sagen was was ist los bei der Hof ich bin kein Spasti ich bin kein Spasti hier in der Gegend hat im Rücken ein Teil so leute das war's mit dem frischen Video alle Leute die mitgemacht haben im Video oder um zu stehen sind sind auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt ihr könnt euch mal bei denen ein bisschen umschauen wäre es ja nicht von euch denn ja ein bisschen Unterstützung unter kleinen YouTubern soll man halt machen und wie gesagt wenn euch die Folge gefallen hat dann ein Like und wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt könnt ihr abonnieren und dann ciao und dann und dann Untertitelung des ZDF, 2020